Jo, das wird da lustig hier. Längere Tage, heiliger Bimba. Machen wir da jetzt eine Strichliste drauf, wenn wir die oft getötet haben? Nein, wir haben doch genug da, also keine Frage. Können wir gerne machen? Alter, Mucki hat 21 Enemy-Kills, der geht aber ganz schön ab hier. Der will leveln. So. Man macht das schon, dann wäre es möglich. Plant fibers, bräuch ich unterwegs, plant fibers. Nö. Naja. Wie setzt man so eine beschissene Kerze? Gut, Frage. Jetzt, ich hab's. Ich hab gebetet, äh. Okay. Wir machen mal. Dann kann schon mal nicht schief gehen, ne? Wir haben, immerhin. Der ist gut. Das ist jetzt unser Altar. Ich hab jetzt auch so ja noch extra eine Kerze aufgestellt. Okay. Äh, jetzt, ja. Würdest du nach da auch so machen, ja? Nee, ich will nicht so machen. Ich will eigentlich nur meine Quest machen. Achso. Ähm, hat von euch jemand noch Platz im Gürtel? Nee, ne? Nein. Sonst hätte ich gesagt, einer kann noch mal Wasser stecken, bevor ich das aus dem Rucksack verlieren sollte. Aus welchem Grund auch immer. Wieso nimmst du Wasser mit? Ja, ich hab jetzt mein Wasser dabei, die 14 noch. Okay. Aber wir bräuchten das theoretisch. Okay, die Wasser nimmst du mit, Alter? Dann nimm doch wenigstens ein bisschen nur mit. Ja, okay. Dass dann, äh, die anderen auch mal was da haben, falls für einen Notfall oder so. Dann mach ich mal ein paar in die Kiste. Ja. Würde ich sagen. Vorsichtig. Aber ich bin ja auch bloß ein... Noob? Ja, so sieht's aus. Okay. Ich will natürlich keinen von euch, äh, so, äh, geilen Typen, die schon mal so ein PvP-Event gewonnen haben. Oh man. Bin ich der Einzige aus der Gruppe, ja? Nein, Proxy hat's auch tatsächlich schon gewonnen, was mich, äh, echt zum Denken, äh, angestoßen hat. Ey, aber nicht aus eigenem Antrieb, also. Egal. Ich wäre wahrscheinlich Achtletzter geworden oder so. Wir wollen es gewonnen, alles gut. Ich wollte ja echt mal gerne nebenan anklopfen. Ja, klopf doch. Könnt ihr gerne mal gucken, wir, äh, ich hab... Du musst aber einen Bogen machen, damit du von Norden kommst, damit du meinen, wir kämen von Norden. Ja, ich wäre bestimmt nicht direkt drauf zugelaufen. Ja, okay. Ich wollte dir, äh, und wir gucken sauber, ob wir was finden. Das hätte natürlich auch was, wenn man dann einfach so draus zuläuft, aber, naja. Wo ist denn da hinten? Ist er schon los? Nein. Biotank steht da hier. Wo ist denn eigentlich der richtige Ausgang? Die Tür hier, oder? Ich hab keine Ahnung. So. 0, 6, 0, 4. Ich weiß jetzt schon, dass ich hier nicht mehr weiß, wie ich hier, äh, herkomme. Aber das ist auch scheiße, ja. Das macht das Sterben, macht das von allein. Ich geh mal in Deckung. Wo ist diese scheiß Kirche? Wo ist denn diese scheiß Kirche? Gibt's hier das nicht mehr? Sehe ich da hinten schon Frames sitzen? Ja. Wo, wo, wo? Oder ist das nur das Gitter? Richtung Westen. Direkt da auf dem Platz. Wo seid ihr? Ich seh so viele Bäume hier, ich seh sonst gar nix. Deswegen ja, das ist, das ist der einzige Nachteil. Wir haben nur nach Osten hin, äh, freie Sicht sozusagen. Was aber auf der Innenart sehr gut ist, dass man von hinten, äh, vielleicht nicht gleich von Weitem gesehen werden kann. Äh, in welche Richtung bist denn du jetzt? Ach da, okay. Ja, nach Süden ist auch offen, ne? Ja. Nach Osten und Süden, genau. Wo gehen wir jetzt runter? Ja. Jetzt wollen wir fragen, wo gehen wir runter? Genau. Hier war noch Vordach und dann können wir runtersprengen, ohne uns was zu brechen, hab ich ja hofft. Und wie kommen wir da hoch? Stecken? Stecken. Schlecht. Boah, Alter, mega leck. Ja, genau. Scheiße. Ja, wir brauchen uns ja auch nur aufs Vordach hochstecken, ne? Ja. Und jetzt? Hier ist die Kirche. Wollen wir mal gucken, wo sie reingegangen sind? Ja, schon, ob wir was finden. Hat einer, baut ja einer Frames, ne von euch nicht, ne? Nein. Ich höre Frames aufstecken. Wieso hier ich die nicht? Warte mal, ich mach mal lauter. Ja, die machen gerade vorne ihren Eingang zu. Alter, ich hab das auf 99%, 91% jetzt und ich höre so gut wie nix. Was ist denn das für eine Scheiße? Äh, die haben sich mit Frames rüber gebaut. Wohin? Direkt an der Kirche haben die sich mit Frames rüber gebaut. Ich mach mal eben jetzt noch nicht hinter uns. Der ist ziemlich dicht dran, ne? Passend? Bei dir? Sauer. Ich teste mal, wie weit ich ran kann zum Roba stepen. Da war schon ein Denkamp-Block. Ich schleich mich mal ran. Da ist wie gesagt die Kirche. Ja, wir wollen natürlich nicht zu sehr machen, weil wenn die da drin sind, will ich jetzt natürlich ihre Base auch nicht campen, das wollen wir nicht. Nein, ich will ja nochmal gucken. Vielleicht haben sie euch die Tür auf, zumindest. Das kann natürlich manchmal sogar glücklich passieren. Ich würde sagen, wir gehen erstmal, pass auf, wir lassen mal das PvP noch sein. Ich würde sagen, wir gehen tatsächlich nochmal und gucken mal, dass wir die Überraschung finden. Bayer Tank, lass uns mal den Plan machen. Ja, ich komme jetzt wieder raus. Ja, okay, okay, super. Die Tür ist abgeschlossen. Ja. Und Fenster sind alle auf höchste Holzstufe aufgewertet. Alles klar. Welche Richtung? Äh, wo bist du denn? Am großen Stein. Ja, am großen Stein, genau. Am großen Stein, genau. Nee, dass wir vielleicht uns mal nach und nach versuchen, mal durchzuschauen, ob wir hier nicht irgendwo die Überraschung finden. Ja. Werde ich auch für. Irgendwas spezielles muss das ja sein. Wir können ja mal die Pfeile hier ruhig mitnehmen, die Eisenpfeile, wa? Warum ist das so kackeleise? Hier ist irgendwas komisches, blaues. Kann das sein, dass das sowas geht? Guck mal hier. Das ist nicht normal. Ja, 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 ja. Ich habe, äh, natürlich, äh, kannst du mich schnell eine, äh, eine Axt machen? Okay. Hab der? Ich, ich, ich sicher dich ab. Ja. Ich habe keine Axt bei und. Also nach sowas müssen wir auch schon halten, sehr schön. Wie viel habt ihr denn da, was sind das für die Blocks? Zweieinhalbtausend. Zweieinhalbtausend. Alter, scheiße. Und er ist der kleinste Block. Die anderen sind 3.000 Lochen. Okay. Doch, was? Alter, scheiße, das ist ja schon wieder für den Arsch. 1600. Da lohnt sich doch schon gleich die zwei Axt. Ja, deswegen. Ihr war schon mal, ihr war jemand schon im Haus drin gewesen? War einer von euch im Haus hier drin gewesen? Nein. Nein. Also, hier war einer. Die ist schon mal gelootet. Vielleicht haben sie diesen Block nicht für voll genommen. Wie viel habt ihr? 800. Sonsten kann ich auch gerne ablösen, wenn ihr wollt. Geht noch. Er küsst schon wieder. Ja, tut mir leid. Ich musste eh reparieren. 800. Wenn wir assi wären, ne? Würden wir ganz viele Landclan-Blocks bauen und alle Dinger suchen und erstmal mit Landclan-Blocks versehen. Das wäre assi, Alter. Das wäre wirklich assi. Das wäre schon wieder so, dass ich es geil finden würde, aber irgendwie auch die Leute nicht unnötig trübeln. So, dann mach mal auf. Mach du mal auf. Alter. Dreier Kaup-Boat-Boat. Will ich, will ich, will ich, will ich. Du kannst damit nicht schieben, Foxy. Oh, Schuss. Scheiße. Ich weiß nicht, woher. Hab ich nicht gehört. Warte, auf uns. Ich weiß es nicht. Was war noch? Dreier Kaup-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat-Boat. Ja, dann behalte du den. Machen da mal einen Gürtel rein, ne? Oh, da hinten Richtung. war das kann ein zombie was war denn drin noch mal 50 federn iron arrowheads blaue farbe zum anmalen antibiotika und kuchen okay also sonst nur ein einziger bogen ja ja bitte nach hause den die ganzen sachen erstmals helfen ich kann die pfeile auch direkt verballern also zu zusammenbauen über das macht das und alles andere christ du in den grüttel reingelegt bin ich gerade dabei compound boh hätte ich schon gerne wie gesagt proxie sei mir nicht sauer aber das fire tank bestimmt ein bisschen besser mit dem bogen ach ja ja ich habe in alpha 17 extra viel mit dem bogen geschossen sehr schön war das jetzt ein pistolenschuss oder war das keiner ich hätte gedacht das wäre ein pistolenschuss gewesen aber ich habe auch nicht mitgekriegt aus welcher richtung der war ich auch leider nicht habe ich nicht einen schönen blauen bogen so kommen weiter genau weiter geht super sauber das ist auf jeden fall ein guter ausgangspunkt und ich jetzt mal so sagen welche richtung dann kriegst du von mir die stahlpfeile ich habe noch zehn stahlpfeile ja die christi von mir wenn du pass hast und ich habe auch noch drei pfeilspitzen aus eisen weil da hast du ja mehr dampf mit drauf und dann gucken wir mal ob wir uns auch anderen auch noch was finden okay proxy wo bist du da mit der tür ja ja warte mal ich lege hier was rein okay dankeschön oben auf dem dach auf dem wasserturm was will ich auf dem wasserturm ach da oben treffer 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 ich habe was ist denn hier los wieso komm ich bin ich jetzt hier irgendwie gestern oder was meine schifftaste geht gerade nicht mehr keine ahnung ich kann nicht mehr rennen was ist denn los so also wir haben der hat gehangen wie eine sau ich raste aber gerade ein level ab wir sind zu viel zum sehr wenig geschossen auch hier ganz links nordosten nordosten habe ich nicht gesehen da muss man sich mal reinziehen ich konnte jetzt ja ich merke es gerade ich sehe mal nicht von wo von hier von wo wir gehen es ums haus rum und gehen dann von der anderen seite ran vorsicht zog mich vor uns wir müssen mich kurz heilen für ranum.de dieser hund ich ab ihn man schützt mich mal da kommen leute von hinten südosten südosten zwei leute hinterm baum vorsicht halt da sofort ein guter passiert hier ich habe lex da ist noch ein spieler richtung norden da wo ich jetzt bin hinten rechts hinterm zaun dann rückzug leichter rückzug wir sollten mal nicht sterben ja ahnung direkt bei uns ahnung bei uns sauber sauber stamina low ich muss mich heilen ja heil dich bitte ich schütze dich wieder am wasserturm irgendwo habe ich glaube ich gesagt ach ne das war ahnung seine schrift noch okay sorry ich wollte mich gerade sagen warum man so weit ein drittel habe ich ungefähr jetzt wieder anmelden okay ich habe 60 also mit dem compound 2 und eisenfall 2 kopfstreff und spieler sind tot sauber aber es ruckelt ohne ende ja es ruckelt es sind zu viele zombies ich habe hier teilweise nur 16 17 fps ich kann mich nicht konzentrieren aufs schießen da teilt sei echt noch eine schelle ausgedreht so okay wieder vor mir am stein weimar dreimal vor uns direkt ich gehe kurz rum ich sehe einer wir uns umrunden und kreisen ja ich versuche nicht mal auf die garage hochzustecken ja 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 ich habe zweimal hier vor mir ich habe noch 75 energie hab ich mucki getötet oder was ich glaube ich war es äh cap ne cap hat mucki ich habe rapides sauber so haben wir mal keine rucksäcke oder hast du die aufgehoben ich habe einen rucksack aufgehoben da war aber nur metall drin und was weiß ich sechs stück metall wo ist denn jetzt da scrap metal wo sei der ich sag der das war ich habe rapides gut getroffen alter so eine pisse und habe es nicht zu ende geschafft scheiße bei dir ich bin hinter dir proxiv ah da geht der ding ist es ja wahrscheinlich beim hausgesprungen ja würde ich sagen aus der entfernung her geschätzt ich komme wieder zu euch zurück ok ich würde sagen wir warten mal kurz hier ja konntet ihr meinen rucksack auch nehmen da war auch noch ein bisschen was drin aber nur ein bisschen nicht viel ne ok nehmen mein rucksack liegt noch ich habe mir jetzt auch noch mal geguckt ich hatte keinen mehr gesehen deshalb habe ich ja alles gut ich sehe meinen rucksack jawohl wir treffen uns bei meinen rucksack ungefähr aber wir haben waren können wir also müssen wir nach so komischen blauen kisten ausschau halten ja ist schwierig mit dem keulen also muss ich wirklich sagen bei mir war nicht viel drin war bloß die frames die nehme ich wieder ist echt schwierig so das heißt wir wissen ja schon mal ungefähr mit viel pech hoffentlich werden die wegziehen an und muss ja hier auch irgendwo wieder gespawnt sein weil hier war ja relativ zügig wieder bei dir gewesen ja der war der ist zwischen genau zwischen uns irgendwie gekommen wie auch immer wie auch immer das tut mir auch echt leid sorry ich habe auch nicht rechtzeitig geschafft auch noch mit auf ihn zu schießen ach das ist doch nicht schlimm ich wollte dich schon schützen ich habe ja auf ihn gezielt aber ich hatte schiss wegen den lecks dass ich zu spät abdrücke oder los lasse und der nieder ins kopf liegt ja da wäre es so passiert und es ist immer noch ein pvp event da kann alles passieren ich nehme mir auch nicht krumm wenn das passieren würde lieber einmal zu viel schießen als einmal zu wenig ja das stimmt auch wieder fire tank wo bist du 70 meter von mir weg ah ja du bist da in der hütte ja ok ja da wollen wir gerade eben eine pfalt mit anderen und seinen komponen hatten ja aber so ist die frage auf die hier auch scheiße ob die hier auch eine base gebaut haben oder ob die ja deshalb war ich ja jetzt auf dem weg hier hin weil ich da mal gucken wollte also ich habe gerade ein pfeil gegen geschossen höre nicht als fabrik ist schon mal sauber da ist keiner drin ok ja die werden auch nicht proxy du hast zombies aufpassen ja ja ich habe eine vermutung vor mir spieler hättest du wo denn was denn was denn komm mal zu mir ich komme zu dir da ist einer von diesen roten scheinen da ist mit sicherheit irgendeiner drin meint ihr das ja schon gefährlich da die dinger ja wenn sie schnell genug gekriegt gekriegt haben auf jeden fall haben wir sie bei bluten gestört ja weil die flester hier war nämlich noch voll das heißt aber auch auf deutsch dass hier in der ecke wir schon pech haben können keine blauen kisten mehr zu finden oder wir finden sie noch weil sie nicht weil es vielleicht nicht wusste und seine truppe obwohl ich jetzt nicht mehr stellen kann fahren ist keiner drin zumindest nicht mit dem block ich sehe auch nichts naja wie gesagt musst du mal vorsichtig sein eigentlich haben wir alle relativ erfahrene spiele an der seite bekommen die wissen dass einmal herzlich willkommen erst zwei player dann musst du dich aber noch arkans zeugling um den platz zu verteidigen wo bist du also in der scheinness ist keiner weil genau in dem moment wo ich rein geht spawt alles vor mir okay dann haben wir weg da so wie sind wir uns auch kann das sein dass das ein bisschen krass viele zombies sind ja das anders als sonst oder wirklich sind viel mehr wir sind auf jeden Fall mehr mindestens doppelt so viel würde ich sagen hat sein ziel erreicht feierabend für heute ja so ungefähr erster kill hallo boss ob peter ist halt wieder manneddon da ist captain ich wollte gerade fragen gehen wir rein meistens camp oder was ich bin schon drin aber ich will es eigentlich ehrlich gesagt auch wieder raus jetzt kommt mir hinterher ihr seid auf der anderen seite das mit der kämpfe oder ich bin auf der straßenseite gegenüber ich gucke mich mal so ein bisschen um ob sich irgendwas bewegt es sind zu viele zombies alter das macht keine das macht schon wieder gar keine hier kann ich kann nicht in ruhe gucken proxy ist da kann ich in ruhe umschauen wo es ist fuck alter nein weil ich mich auf 5000 zombies konzentriert muss hier scheiße solche rucksack solchen rucksack holen oder ja bitte obwohl die post nicht okay kommst du feiern da kommen noch mehr jetzt haben wir die angelockt ich habe was für messer zum verbessern okay wie oft habe ich gesagt gibt es das jetzt ist wieder und druck und irgendjemand auch ich muss mich jetzt hier ein bisschen weg bewegen jetzt gibt es doch gar nicht ich muss mich hier weg bewegen hier kommen alle auf mich zu kommst du raus fahrzeug nein ich bin noch drin okay wie gesagt ich will die heilut container holen die lasse ich nicht zurück welche die heilut war von sowas weil wir wissen auf jeden fall dass es waffen gibt das war jetzt irgendwie lustig ja das glaube ich dir gerne ist glaube ich dir gerne das ist im nachhinein auch bestimmt richtig lustig aber jetzt im moment kommt mich das gerade an und sorgt dafür dass ich gerade schon wieder ein bisschen angepisst bin dass hier man auch so viele zum sagt muss und deswegen nicht um spiele achten kann ich sehe hier keine spiele ich sehe auch jetzt mittlerweile keine mehr dafür 50 zombies oder so jetzt gerade moment ist gott sei dank ruhig aber auch in einem normalen spiel suchst du dich tot nach wie kann die erste medizin aufgemacht einer drin also ich werde rapides licht aber auch gut wo los war ja mein lieber scholli bringt das eigentlich irgendwas in die hocke zu gehen beim durch die wiese laden nehmen man sieht einen immer noch man sieht einen immer noch oder wir hatten das campfire wir hatten das campfire dahin gelegt ich musste noch eine dingsa machen ach so ok hause war schon wieder angepisst ich schließe jetzt ruhig auf ja wir müssen jetzt irgendwo mal gucken wo wir hingehen ja wo ist am besten wo waren wir noch nicht Richtung Norden dann gehen wir Richtung Norden da können wir noch einen warum hat das hinterher können wir mal eben nicht schützen ich muss mal eben bisschen taschen sortieren ja ich nutze jetzt die stadt machen wir langsam wieder da kommt es mit zu viel ich will nicht alle meine weile an ja baum fällen können sie auch haben sie gezeigt weiter ja wohin gute frage dann der rapide ist was macht er denn alter erklärt mir das mal wieder hat ja richtig geile waffe oder kann so mit dem bogen umgehen wie kein zweiter was ist da los ich würde fast er der ist dann könnte sein ja besser ist gut wir müssen rausfinden wo die sind ja weil scheinbar ist er bei es musste er ja bei einem team sein noch mal überhaupt die das war weil wir haben sich bei uns ok das zerstört ist okay da wollte ich es nicht hin ich weiß aber autos da willst du echt rein munition alles was autos ist extrem interessant weiß ja nicht was eben wie gesagt was was für loot ist im moment scheint ja erstmal nur die besseren bogen zu sein noch mal kurz level ab ich muss mal kurz leveln warte mal ja genau wie das nicht nachts sind ich hab das level ab ich hab glaube ich fünf punkte oder so also ich warte nicht bis nachts hat irgendeiner hier was zerschlagen an baut hier einer was ab ja ich was bausten ab hier bei der mit meiner farm ist in dem silo meistens nur waffen gestern darf ich reingucken ok ok ja wie gesagt wenn du im waffen in den waffen rucksack schon nur feile gefunden hast die ich fast davon aus dass es dann ist glaube ich kartoffelfeld richtung norden auto auch wieder nur stahl feile gefunden ich sehe jetzt nicht ich sehe ja keinen das wo sind die alle laufen wir nicht so weit weg nicht ich komme gleich wieder ich komme gleich wieder nicht dass die gegen kommt ok waren hinten stash ok und hast du was gefunden brust armor aus stahl und stahl anrufen dann jetzt auch noch stahl feile 23 stück wie gesagt liegt jetzt tatsächlich so oder gefühl tatsächlich so dass wir wenn waffen überhaupt nur in alter situation hat kucki und wann eliminiert war das alter strom da bin ich ja schon froh noch nicht gestorben zu sein bis mittags um 12 das ist proxy ich gucke hier auch noch in den in den silo rein wie gesagt es wird keine waffe drin sein ne aber wenn man eine komplette vernünftige rüstung für alle zusammenklingen ist auch nicht schlecht ja dann sind wir auch sehr langsam aber ich sage erkennt jeder so wie er spielen will gar keine frage um wenn es will da kommt ne modi an vorsicht und so können wir noch ein bisschen eisen dass proxy und uns gleich mal zwei knüppel machen können ich will die kisten die sind ja eigentlich gerade moment eigentlich viel wichtiger ich möchte auch ganz gern komponierung haben gold und silber nuggles na super überhaupt der hinder 2,8 kilometer weg von mir genau jetzt ist die frage stehen die kisten alle so offensichtlich oder haben die die auch irgendwo im gebäude ich denke aber die werden offensichtlich sein war dann wundert es mich dass wir noch nicht mehr wie eine gefunden haben weil es wird keiner die mühe machen die komplett kaputt unterzuhauen die natürlich nicht wer weiß wo sie die haben 16 stück sind jetzt auf so den grüßen auch nicht viel oder rechts ein stück sind ja auch nicht so viel wie viel sind wir insgesamt wie viele leute 18 3 also sechs gruppen also wie gesagt ich habe jetzt die autos erst mal gelootet habe erst mal ein paar stahlpfeile und wenn autos stahlpfeile nur beinhalten man hört sich das schon mal ziemlich danach an dass wir keine waffen haben es sei denn in so eine kiste war waffen und da war eben bloß der bogen weißt du ja und denkt daran immer noch die federn einzusammeln bitte dass wir federn machen können das mache ich automatisch super weil ich habe jetzt 172 federn noch jetzt habe ich euch schon wieder froh das 18 22 nutzer info ja ja hier ist gelootet an den autos hat einer irgendwo gegengeschlagen ich habe ich habe gegen den haus geschossen ach du hast du hast gesagt weil ich wollte gerade sagen hier ist gerade was sie landet wieder nein hier geradezu rüber im gebäude gegen süden ja ich sehe es da vorne richtung südwesten osterstrom getroffen war ich treffe nicht nächste weller ist es scheiße die haben mich gleich der kommt weg dann kommt weg dann geh du hast scheiße einer von beiden hat zwei schüsse von mir passiert oben oder unten unten sehr schön ich kriege da oben kein treffer hin leider ich muss mal kurz regenerieren die kommen von gerade von rechts vorsicht tanks vorsicht scheiße ich habe ein brot in der hand das gibt es doch nicht und ich bin tot hier ist ja mark merken und markieren scheiße 2 gegen 1 und ich der part eben noch den falschen stack ich habe ein brot erwischt war super strom cookie monster sind hinter uns alter wir sind genau zwischen den fronten gewesen scheiße warum sagt keiner was scheiße mich spawn am betten ja klar ach man das war echt blöd alter mit 2 2 habe ich überlebt aber richtig voll in die maske ich schätze mal 20 punkte hat die locker verloren ok wo war denn das jetzt da oben ok kannst du das nochmal markieren die base ähm kannst du dich daran erinnern also ich bin gestorben an dem dingster quasi wo wir jetzt unter uns ist jemand wo im haus hier haben wir noch kein wir haben noch kein an der base ist einer wieso geht die tür nicht mehr zu wieso habe ich die tür nicht zu gekriegt keine ahnung bei uns in der base oder was bei uns an der base am stein äh wir haben noch keinen glämmblock gesetzt ne hat einer das essen aus dem campfire genommen ja nein dann waren sie bei uns drin ja schön ne liegt doch im campfire drin im ersten ach so ok im hinteren ja verdoppeln und neun äh wildes fleisch ne dann ist gut weil dann mache ich eine andere campfire jetzt weg weil dann bin ich immer die ganze Zeit in 12 gerutscht ach man das war jetzt echt blöd wie gesagt wir brauchen ähm wir hatten bei uns hier äh das metall hast du das raus geholt fire tank das crap metal ja da hatte ich den knüppel von gemacht ach so ja hättest du bis an mir gegeben hätte ich könnte ein zweier machen na egal war zu sehen zu spät äh ich glaube mit dem knüppel ist eh keine gute idee weil ähm ja wo ist das? auf dem anderen haus genau südlich von uns gegenüber steht einer auf dem Dach ja lässt du mich noch mit dem Haus dann gleich mitschießen äh wenn die jetzt aber schießt dann weiß er dass wir hier sind ne ja da ist auch die base geradezu ach du scheiße lustig zufallstreffer oder was ja toll nicht weiter schießen nicht weiter schießen nicht unnötig verbrauchen wenn da keiner mehr ist wenn da jetzt eine neue Sniper ankommt wenn da jetzt eine neue Sniper ankommt ich versuch äh nochmal die ich muss mal kurz unten am haus jetzt unten am haus jetzt kommt jetzt zu uns rüber Straße einer auf Dach wieder unten am Stein kommt jetzt rechts von hier rum rechts jetzt rechts hat einer hier bei uns ein Klang gesetzt ne ne sehr gut habt ihr den gesehen ja jetzt nicht mehr ja das war Jack der ist drauf der ist äh Kirche ne äh da sind noch zwei wo äh am Gitter vom Friedhof ich sehe nix außer wollen verdammte scheiße ich auch nur habt ihr den Schuss auch gehört ja einen hunting hunting rifle schuss achso ne den hab ich nicht gehört nö hunting oder sniper rifle schuss scheiße wer schießt denn da ok ok ach Mennedon hatte seine Feder im Rucksack ja gut komm schön ansagen äh in dem Baum am Friedhof ist noch einer der Name ist gerade kurz aufgewetzt ich sehe überhaupt nichts in dem großen Baum hier vorne ja ich sehe nix ich auch nicht ich sehe was nee das bist du das bist du du bist das baum ja ich bin jetzt gerade im Baum drin ja ok ok neben mir springt irgendwo einer wir haben hier eine Leiter hochgebaut im Baum im Baum im Baum hoch auf am Friedhof schlau und da gehen sie immer rüber zum Friedhof richtig ja sehr schlau sehr gut den fällen wir gleich den Baum da hinten ist wieder einer auf dem Dach Richtung Süden boah jetzt habe ich mich auch verklickt kann ja wohl nicht sein er wieder Mennedon sauber ja ich habe aber auch kassiert ja dann ja ich ziehe mich schon zurück wo ist Mennedon tot wo war der immer der ist auf einmal wieder neben mir gewesen fragt mich nicht wie ok wir fällen den Baum einer ist unten am Haus einer unten am Haus bei uns am Haus ja ja unten Südwest Jack 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 wo scheiße die haben Brandknüppel ok wo 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 genauer Südwesten hier hinten wo ich bin direkt an der Kante vom Haus ist ja gerade unten hier ich sehe Brandknüppel Treffer 75% weg na toll das ist doch scheiße also sind in den Gisten wahrscheinlich auch Mods drin Mann Alter ich treffe ihn nicht äh ich baue jetzt den Ländlemmock hier aus der ist mir zu riskant super toll die haben schon einen gesetzter oder was ist das hier ne quatsch der geht nicht an der Stelle oder wie ich weiß nicht hä haben die jetzt bei uns einen Ländlemmock gesetzt ne ich kann hier einen Block anschlagen das geht ja nicht kannst du den hier nicht setzen oder was das ist denn das prob das ist doch scheiße mach mal hier wo das Licht ist hier direkt unten drunter komm her gib mal einer so einen Block hier danke wer schlägt da mir teil? ich nicht Cap? ich auch nicht na toll na toll Leute hier ist alles rot wo ich ihn platzieren will das gibt's doch nicht hä? wir haben hier einen Block gesetzt oder was? ja oder der hat einen Rad zum großen Radius hier ist ein safe ich bin durchgefallen ach du scheiße wo ist ein ach da ist ein safe das ist ein safe der ist noch Lockbeats aussieht ja ist er auch krass okay das ist schlecht das ist sehr schlecht das ist sehr schlecht scheiße das ist äußerst schlecht äh du bist du geh mal in den Hocke so ich geh jetzt auch erstmal kurz in den Hocke ich muss bloß erstmal hier hochkommen das mach ich äh geh mal in die Hocke ich bin in der Hocke echt? warum ist das so laut? na frag mich nicht scheiße und du schlägst bei mir auf dein Papier achso das wirst du ja wahrscheinlich auf 100 Meter Entfernung so laut wie das ist ach das ist doch scheiße ist doch echt kein Arsch man alter wie komm ich denn hier bloß wieder raus alter ich raste sie so aus wer steckt sich denn hoch? wer hüpft denn da? bist du am hüpfen? okay okay alter ist das laut hast du das kaputt gemacht? ja 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 ich höre ich höre keine Steine dabei kannst du mal eben ein, zwei Steine trocken zum reparieren? ja klar 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 warte Moment weiß nicht was mit den nein ja das gibt's doch nicht wie weit sind denn die alter das gibt's doch gar nicht das ist jetzt das finde ich jetzt schon wieder komm ich jetzt schon wieder nicht klar drauf ich geh ja noch auch und ich muss auf der gehen das geht mir schon wieder auf den Sack ja ich muss auch auf den Potten ey lass mich hier alleine ey nein nein ich warte bis er wieder da ist okay zur Not einfach fallen lassen da unten drunter ist ein Loch für solche Arme müsstest du dir echt einen Eimer nehmen ja ein Thron mit eingebauten genau so man müsste so einen Kursstuhl haben genau das ich glaub ich steck mir den von meiner Augen ey ich glaub ich hab bestimmt 180 Puls oder so das frag mich mal ich hab Gänsehaut Fingerpitch nass geschwitzt ich hab hier 28 Grad im Zimmer holy moly ich hoffe hier ist ein Compoundboden drin dann nehm ich mir den direkt ne ja und wie ist es nur Papier drin ja wahrscheinlich hast du noch Punkte über dass du einen Lucky Luther reinhauen kannst? ne oder warte mal null cool so ich guck mal na toll Steel Error und bescheuerte Crossbow Bowls die keiner braucht na toll wo mach ich jetzt die blöden Errors hin willst du welche haben? wenn du die nimmst ich nimm die gerne ich hab Platz im Glocke tob dich aus zum Impresor boah super ja ich behalte lieber meine 189 normalen weil so wie ich schieße reichen die wahrscheinlich für einen Player Kill bei dir wahrscheinlich für 5 oder so ja wie gesagt mit den Stahlstein und Compound oben jetzt muss ich erstmal gucken wie ich hier durchkomme ich muss mich erstmal rauskloppen obwohl obwohl ich könnte ja Frames machen obwohl ne ich kann keine Frames setzen hier das ist schön ach alter ist das der 13 oder was? nein kommt mir so vor Freitag der 13 drei Tage und nix gerissen gekriegt alter Vater was hast du nix gerissen gekriegt? naja wir haben wir haben schon 8 Player Kill rapides hat alleine dafür habe ich mich eben schön blöd drangestellt äh ich habe mich ich habe mich verscrollt im Rad unten und war dann irgendwann auf dem Fleisch und hatte das Fleisch in der Hand und wollte dann mit aufs Killerlebe schließen das ging nicht so gut ok ich müsste nebenbei aber auch mal kurz AFK halbes Minütchen wer bleibt stehen ich bleibe hier achso ich muss bei dir aufpassen irgendwo nö ja hier oben Zombies ich höre Zombies ja ich auch gerade ok fertig äh 20 Sekunden ja oh ey ich lass mich nicht laufen wachse 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 da mach ich mir eine 20 Sekunden schon mal eine Zigarette schade schade das jetzt Rapides geht ab der hat alleine so viele Kills wie wir zusammen ja ok dafür haben sie Anu im Team hallo meine Freunde äh Rapides hat Anu ja und Mucki ach und Mucki auch noch genau so wieder da gut dann gehe ich mal eben schnell